Bernhard Schlink, Abschiedsfarben, Geschichten Ein Diogenes-Hörbuch gelesen vom Autor Künstliche Intelligenz Sie sind tot, die Frauen, die ich geliebt habe, die Freunde, der Bruder und die Schwester und ohnehin die Eltern, Tanten und Onkel. Ich bin zu ihren Beedigungen gegangen, vor vielen Jahren oft, weil damals die Generation vor mir starb, dann selten und in den letzten Jahren wieder oft, weil meine Generation stirbt. Ich dachte lange, eine Beedigung würde helfen, vom Gestorbenen Abschied zu nehmen. Abschied muss sein. Das Wissen, dass einer gestorben ist, bleibt beunruhigend, bis der Abschied ihn seine Ruhe finden lässt und einen selbst. Aber eine Beerdigung hilft nicht. Sie versichert die Hinterbliebenen der Bedeutung des Gestorbenen und lässt sie ein bisschen an seiner Bedeutung teilhaben. Sie versichert die Trauergäste der Würde des Rituals, für das man zwei oder drei Stunden opfert, bei dem man sieht und gesehen wird, dem Gestorbenen die letzte Ehre erweist und den Hinterbliebenen in Anteilnahme zeigt und sie verleiht auch den Trauergästen ein bisschen Würde. Beim Abschied helfen, dafür taugt eine Beerdigung nicht. Es hilft, beim Sterben dabei zu sein. Auch die Begegnung mit meinem Vater, der schon gestorben war, aber noch auf dem Bett lag und noch nicht vom Bestatte zurechtgemacht war, half. Man hatte ihm die Augen und den Mund nicht geschlossen und das Grauen des Todes, vor dem er entsetzt die Augen aufgerissen und die Zähne geblickt hatte, brannte sich mir ein. Er war tot. Sogar wenn einer herausgeputzt wurde und aufgebahrt liegt und eher aus Plastik als aus Fleisch und Blut zu sein scheint, teilt sich sein Tod so deutlich mit, dass man weiß, man muss von ihm Abschied nehmen. Aber dass man es weiß, macht den Abschied noch nicht. Ihn macht nur die Zeit. Und es ist eigentümlich, je weniger man mit einem in den Jahren vor seinem Tod zu tun hatte, desto länger dauert der Abschied von ihm. Je mehr man mit ihm zu tun hatte, desto rascher geht's. Ich war mit meinem Nachbarn ein bisschen befreundet. Manchmal luden wir uns auf ein Glas Wein ein, er mich im Sommer auf seinen Balkon und ich ihn im Winter an meinen Kamin. Und weil wir morgens zur gleichen Zeit aus dem Haus gingen, er zum Bäcker und ich zum Zeitungskiosk, begegneten wir uns fast jeden Tag im Treppenhaus. Als er starb, war mir gerade darum nach ein paar Tagen klar, dass es mit den Begegnungen und Einladungen aus und dass er tot war. Ich nahm von ihm Abschied. Und war zwar noch traurig, aber es war eine ruhige Trauer, ein Schmerz nach vollzogenem Abschied, ein Abschiedsschmerz. Ganz anders war es, als meine geschiedene Frau starb. Sie war mit ihrem zweiten Mann nach Tschechien gezogen und nach seinem Tod dort geblieben. Wir verstanden uns gut und trafen uns zweimal im Jahr, im Frühjahr dort und im Herbst hier, und nach ihrem Tod war mir lange, als lebe sie noch und sei nur weiterhin weit weg. Sie starb im April, wenige Wochen nach meinem Besuch bei ihr und in den nächsten Monaten war sie nicht anders in meinem Leben oder auch nicht in meinem Leben als die Jahre davor. Ich dachte immer wieder an sie, erinnerte mich an etwas, das wir erlebt oder das sie getan oder gesagt hatte, merkte mir etwas, von dem ich ihr im Oktober bei ihrem Besuch bei mir erzählen wollte und erzählte es ihr schon einmal in Gedanken. Und bei alledem sah ich sie so konkret vor mir, dass die Einsicht, dass sie tot war, daneben abstrakt blieb. Es wurde Winter, bis ich begriff, dass ich von ihr Abschied nehmen musste und April des nächsten Jahres, bis ich ihn genommen hatte. Und nach dem langen Abschied war ich noch lange traurig. Eigentlich hat die Trauer nie ganz geendet und wird auch nie ganz enden. Von meinem Freund Andreas wollte ich gar nicht Abschied nehmen. Auch ihn habe ich in den Jahren vor seinem Tod nur in großen Abständen gesehen. Er hatte nach dem Eintritt in den Ruhestand eine kleine Wohnung in Bayern genommen, wo sein Sohn Thomas lebt, und ich war in Berlin geblieben. Mal sind wir in Bayern gewandert, mal haben wir ein dichtes Konzert- und Opernprogramm in Berlin absolviert, mal haben wir uns auf halbem Weg getroffen, zur Documenta in Kassel oder zu den Bayreuther Festspielen. Immer waren die gemeinsamen Tage schön, lebendig, vertraut. Wir sind Freunde seit der Kindheit. Auch er war nach seinem Tod nicht anders in meinem Leben oder auch nicht in meinem Leben als davor. Auch mit ihm blieb ich im Zwiegespräch, als gelte es, nur eine Weile zu überbrücken, bis wir uns wiedersehen. Und während ich, als Andreas lebte, Angst hatte, unsere Freundschaft könnte plötzlich eine Belastung ausgesetzt werden, war das Zwiegespräch mit dem toten Andreas angstfrei. Ich musste keine Überraschung, keine Entdeckung, keine Enthüllung mehr fürchten. Wir waren wieder wie Kinder. Und ich wünschte mir, in diesem Zustand der Unschuld würde unsere Freundschaft fort und fort dauern. Nicht, dass er die Belastung durch eine Enthüllung nicht ausgehalten hätte, was ich seinerzeit getan habe und worauf ich nicht stolz bin, wofür ich mich sogar schäme. Oder vielleicht muss ich mich nicht schämen, weil was ich getan habe nur menschlich war. Aber lieber wäre mir doch, ich hätte es nicht getan. Andreas hätte es verstanden und mir vergeben. Und vielleicht hätte er sogar gesagt, es gäbe nichts zu vergeben. Manche Dinge fügten sich im Leben nun einmal unglücklich. Und auch ich sei nur ein Opfer, wie er. Eigentlich bin ich sicher, dass Andreas so gesprochen und mir den Arm um die Schulter gelegt hätte. Und wenn wir unterwegs gewesen wären, wären wir ein Stück Weg so gegangen, ohne weitere Worte, nur mit seinem Arm um meine Schulter. Und dann hätte er gelacht, sein wissendes, freundliches Lachen und von etwas anderem geredet. Warum hatte ich Angst vor der Enthüllung, obwohl ich sie nicht hätte haben müssen? Und wäre es nicht das Einfachste gewesen, wenn ich Andreas gesagt hätte, was damals gewesen war? Ich hatte es mir immer wieder vorgenommen. Aber wenn wir zusammen waren, erschien es zu weit hergeholt, zu lange vergangen, passte nicht zu unserer Stimmung oder in unser Gespräch. Und es gab keinen rechten Grund, gerade jetzt davon anzufangen. Beim letzten Treffen hatte ich nicht davon angefangen und beim Mexen konnte ich immer noch davon anfangen. Warum also jetzt? So vergingen die Jahre. Und warum ich die Angst hatte, die ich nicht hätte haben müssen, weiß ich nicht. Weil Andreas vielleicht doch nicht verstanden hätte? Aber ich verstand, warum es damals so gelaufen war. Und er verstand eigentlich immer, was ich verstand. Warum auch immer ich die Angst hatte, ich hatte sie und war erleichtert, sie nach seinem Tod nicht mehr haben zu müssen. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod und was Andreas auf Erden nicht erfahren hatte, konnte er auch nicht im Himmel oder in der Hölle erfahren. Unsere Freundschaft lebte weiter. Und während sie vor seinem Tod in unseren Gedanken und bei unseren Treffen lebte, lebte sie nach seinem Tod nur noch in meinen Gedanken, da aber angstfrei. Andreas' Tod war beruhigend, nicht beunruhigend. Warum hätte ich von Andreas Abschied nehmen sollen? Nein, unsere Freundschaft lebte nicht nur in meinen Gedanken weiter. Ich habe Andreas' Tochter Lena bald nach der Geburt kennengelernt, habe sie groß werden gesehen und habe sie gemocht. Wenn ich nach dem frühen Tod seiner Frau Paula bei Andreas, Lena und Thomas zu Besuch war und wenn er von Bayern nach Berlin zu Besuch kam, gehörte sie, die hier geblieben war, immer dazu. Andreas und ich machten einen Spaziergang und aßen danach mit ihr zu Abend oder wir machten den Spaziergang mit ihr und blieben danach zu zweit. Nach Andreas' Tod haben Lena und ich uns manchmal zum Abendessen oder für ein Konzert oder auf einen Spaziergang verabredet. Zuerst war ich's, der sie anrief, aber bald rief auch sie mich an. Und wenn wir zusammen waren, war Andreas immer ein bisschen dabei und unsere Freundschaft lebte, angstfrei, unschuldig, behütet. Bis Lena auf die Idee kam, Andreas' Akte beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik einzusehen. Госwin Merkel 1 2 2 6 7 1 1 2 1 1 1 2